Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich bin noch nie vorher mit einem Beruf gecatfischt worden. Du kannst doch nicht sagen, du bist Polizist und kommst dann mit dem Fahrrad. Das ist ja wie, als würde ein Schiffskapitän mit einem Schlauchboot kommen oder Gina-Lisa mit normalen Lippen. Vor allem die meisten Polizisten haben Pistole, Sonnenbrille, Pfefferspray, Schlagstock. Und mein Fahrradpolizist? Hat den Helm. Ein Trinkflöschchen, eine Klingel und eine Luftpumpe.